Hallo, hier ist Frau Kuder von der Firma Bösch. Ich hätte gerne Herrn Hans Doppellotter gesprochen. Ja, Sie sind am Telefon. Guten Tag. Ja, schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Ich melde mich, dass Sie vor kurzem bei einem telefonischen Quiz teilgenommen haben. Als kleines Dankeschön dafür kriegen Sie einmal den Rentenjoker von uns geschenkt. Den was bitte? Den Rentenjoker. Was ist das denn? Da haben Sie ab dem 1.4. die Chance auf eine Sofortrente. Zehn Jahre lang monatlich bis zu 5000 Euro und das Ganze staatlich garantiert und steuerfrei. Das hört sich ja fast zu gut an, sage ich mal. Ja, das denke ich auch. Und die Unterlagen gehen in die Otto-Hahn-Ring 78 im Potsdam raus. Das ist richtig? Ja, da wohne ich. Das ist korrekt. Super. Und für die Gewinnberechtigung brauche ich einmal das Geburtsdatum. Wie lautet das? Ha, was bitte? Für die Gewinnberechtigung brauche ich einmal Ihr Geburtsdatum. Wie lautet das? Das ist 1 4 4 8 0 Potsdam. Nee, Ihr Geburtsdatum. Wann sind Sie geboren? Ja, 49. Nicht wahr? Und das ist der Tag und der Monat? Ja, der 1.7. natürlich. Reich mit 1. Zur Qualitätssicherung wird unser Gespräch aufgezeichnet. Sind Sie damit einverstanden? Wie bitte? Zur Qualitätssicherung wird unser Gespräch aufgezeichnet. Sind Sie damit einverstanden? Wer macht das denn? Wir? Also das Gespräch wird aufgezeichnet. Ob Sie damit einverstanden sind? Ja, das ist mir ja egal. Nicht wahr? Okay. Und wir dürfen Sie doch bestimmt auch zukünftig über weitere interessante Gewinnspiele informieren, oder? Über was bitte? Über zukünftige interessante Gewinnspiele. Ja, die habe ich ja mitgemacht. Nicht wahr? Ja, ob wir Sie informieren dürfen? Ja, ja, natürlich doch. Super. Dann haben Sie ab dem 1.4. die Chance auf eine Sofortrente. Zusätzlich schütten wir noch ein paar schöne Bargeldbeträge aus, die in hohen 100.000 Bereich sind. Junge Frau, können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Das ist schwierig, Sie zu hören. Ja, tut mir leid. Also, ab dem 1.4. haben Sie die Chance auf eine Sofortrente? Ja. Und zusätzlich dürfen Sie bei unserer neuen Aktion teilnehmen. Und da bin ich persönlich für Sie verantwortlich. Schreiben Sie sich bitte einmal meinen Namen und die Telefonnummer auf. Ja. Haben Sie was zum Schreiben? Wie bitte? Haben Sie was zum Schreiben da? Ja, da habe ich immer am Telefon liegen. Das kann ja mal was Wichtiges kommen. Genau. Mein Name ist Emily. Ja. Der Nachname ist Kuder. Ja, wie schreibt man das? Kaufmann, Ulrich, Dora, Emil, Richard. Ja, das ist schön, dass junge Menschen das Buchstabieralphabet noch korrekt können. Ja, muss ich ja, ne? Das ist ja nicht selbstverständlich heutzutage. Ja, das stimmt. Und die Telefonnummer ist die 040. Das ist Hamburg, nicht wahr? Genau. Danni, 422. Ja. Drei, 6. Ja. Neun, zwei, fünf. Ja, und was soll ich damit jetzt machen? Wenn Sie mal Rückfragen haben, können Sie uns dort erreichen. Und was würden Sie denn im Gewinnfall mit 2.000, 3.000 Euro machen? Haben Sie da eine Idee? So viel habe ich gewonnen. Nein, was würden Sie denn damit machen im Gewinnfall? Das würde mir eine gute Flasche Wein holen. Eine gute Flasche Wein? Nein, aber sowas von. Ich darf da nur meine Frau nicht mitkriegen. Ja, das wäre am besten, ne? Ja. Oder Sie geben ihr einfach ein bisschen was von dem Wein ab? Ne, das ist ja nicht gut. Die ist ja strikte Anti-Alkoholikerin. Ach so, und Sie trinken ab und zu mal ein bisschen Wein? Also, ab und zu mal ein bisschen mehr. Das ist ja im Prinzip das Problem bei der Angelegenheit. Aber werde mein Alter ja nicht noch anfangen, mich da bevormunden zu lassen. Hm, das stimmt. Das Gute ist, ich bin schneller als die. Ich bin Marathonläufer gewesen. Marathonläufer waren Sie? Ja. Ja, das hört sich doch cool an. Haben Sie auch viele Preise gewonnen? Wie bitte? Haben Sie auch viele Preise gewonnen? Ja, ja, das hält sich in Grenzen, weil der Wein ist halt auch oft verführerischer gewesen. Also, wieso sind Sie kein Marathonläufer mehr oder wie lange waren Sie? Ach so, wahrscheinlich schon 35 Jahre habe ich das, glaube ich, schon gemacht. Ja, das hört sich doch schön an. Weil, sag ich mal, da zwischen West- und Ostdeutschland, da musste man schon schnell sein, wenn man da rüber wollte, zwischendurch. Ja, das stimmt. Da musste man flinke Füßchen haben. Genau. Ja. Und, Herr Doppelotter, alle gewinnen im Gesicht... Das spricht sich Doppelotter, wie der Otter... Oder Doppelotter, Entschuldigung. Und, Herr Doppelotter, der in Fluss rumortert. Genau. Entschuldigung. Alles gut. Und alle Gewinne im Gewinnfall überweisen Sie auch innerhalb der wenigen Tage immer aufs Konto von Ihnen. Was darf ich denn da einmal für Sie eintragen? Sind Sie da bei einer Bank oder bei der Sparkasse? Sie sprechen schon wieder so schnell. Ich habe nur 36 Prozent verstanden. Alle Gewinne im Gewinnfall überweisen wir innerhalb der wenigen Tage immer aufs Konto von Ihnen. Wo dürfen die Gewinne im Gewinnfall hin? Zu einer Bank oder zur Sparkasse? Also, ich gehe ja nicht mehr aus dem Haus. Ich mache das alles mit dem Internet, nicht wahr? Ja. Ist doch auch in Ordnung. Ja. Bei welcher Bank sind Sie denn? Sparkasse? Ja, ich bin ja... Ich habe mich ja im Prinzip... Ich bin ja so ein halber Cyborg inzwischen. Ich habe mich digitalisiert und ich nutze jetzt Paypal. Aber Sie haben ja trotzdem ein Konto. Ja, das ist also pro forma, nicht wahr? Dass ich halt meine Rente kriege, weil die wollen mir das nicht in Bitcoins ausbezahlen. Genau. Ein Girokonto. Bei welcher Bank sind Sie denn? Nee, ich bin jetzt zu Hause. Nein, wo haben Sie das Girokonto? Ja, ja, das muss man ja haben. Das ist schon richtig. Genau. Und wo ist das bei der Sparkasse, Volksbank? Ja, genau da. Volksbank? Nee, nee, mit denen will ich ja nichts zu tun haben. Bei der Sparkasse? Die haben ja meinen Hund getötet damals. Ich habe nicht mal Entschädigung bekommen. Okay. Das kann ich verstehen. Also bei der Sparkasse? Nee, nee, die haben ja den Hund ermordet. Den Harry... Ach so. Peter Harry... Dann die Volksbank. Das sind ja genauso Verbrecher. Okay, und wo ist denn Ihr Konto? Ja, also das ist... Ihre Bank? Ja, die ist in der Mariendorfer Damm 179. Ja, und was ist das für eine Bank? Naja, mit Girokonto. Das ist ganz normal. Das ist nichts Spezielles. Wie heißt die Bank? Ja, das... Kommerzbank? Nee, nee, das ist ja die Postbank. Die Postbank. Okay, super. Und welche Bank favorisieren die jungen Menschen heutzutage? Bin ja lange nicht mehr im Dorf gewesen, um mich da umzuhören. Vielleicht gibt's da was Besseres inzwischen? Nee. Ist das noch aktueller Standard, so zu sagen? Genau. Das ist gut. Die Postbank ist eine gute Bank. Und die IBAN, haben Sie die einmal zur Hand? Was mit der Hand? Die IBAN. Die IBAN-Nummer. Die lange Nummer mit DE. Ja, was damit? Haben Sie die einmal zur Hand? Die muss ich einmal eintragen. Ja, das kann ich doch nicht einfach am Telefon erzählen. Das fällt ja unter der Datenschutzverordnung. Das darf man ja nicht einfach machen. Richtig. Wir sind eine staatliche Lotterieeinnahme. Und es gibt es schon seit über 200 Jahren. Ja, so alt hören Sie sich aber gar nicht an. Nee, ich bin ja auch nicht die Firma Böscher. Nicht. Ich arbeite. Aber Sie arbeiten doch da oder nicht. Genau. Genau. Und wir haben auch eine... Wir sind ja auch staatlich lizenziert. Da brauchen Sie keine Bedenken zu haben. Ja, wo kann man sich diese Lizenz denn angucken? Wenn Sie die Unterlagen da haben, da können Sie das gerne angucken. Ja, ich kann... Ich muss ja... Sie müssen sich ja, sage ich, aber vorher legitimieren. Kann ich da mal so eine... Mit der E-Mail so eine Lizenz von Ihnen sehen? Das sei so ein Dienstausweis im Prinzip. Na, der Dienstausweis habe ich ja nicht. Ja, aber warum nicht? Sie ist doch staatlich. Da müssen Sie einen Dienstausweis haben. Nein. Wir sind eine staatliche Lotterieeinnahme. Ja, aber... Schreiben Sie sich... Meinen Namen haben Sie sich doch aufgeschrieben, oder? Können Sie mir mal den Mann geben, dem Sie die ganze Zeit nachsprechen? Weil da kann ich mich ja auch gleich mit denen unterhalten, wenn der nur vorsagt für Sie. Herr Doppelotter, ich bin ja hier in einem Büro. Hier habe ich ja noch Mitarbeiter. Ja, aber Sie sagen ja die ganze Zeit das, was der Mann sagt. Ich kann das ja hören. Nee, ich bin hier alleine. Also alleine an meinem Platz. Ja, dann sitzt der halt einen Meter weiter. Herr Doppelotter, aber warum wiederholen Sie dann, was der sagt? Jetzt ist er still geworden. Ich habe gute Ohren. Ich bin ja auch mal bei den Abwehr gewesen. Hallo, schreibt er jetzt auf, was Sie sagen sollen? Na, ich rede ja alleine. Ich habe hier noch Mitarbeiter. Die telefonieren auch gerade. Ja? Genau. Wie viele Leute treiben sich denn da rum bei Ihnen? Das ist ja sehr laut im Hintergrund. An dem Moment im Büro sind hier so 15 Leute. Ja, ich habe jetzt ja gerade mal mein Richtmikrofon eingeschaltet. Das hat sich ja schon nach einer größeren Ansammlung da angehört bei Ihnen. Haben Sie das denn angemeldet nach dem Versammlungsgesetz, wenn sich da so viele Leute zusammenfinden? Ja. Ja? Das ist gut. Also... Ja, haben Sie da einmal die Vorgangsnummer für mich? Die schreibe ich Ihnen mit in die Unterlagen und in die Unterlagen kommt auch einmal Ihre I-Bahn. Ja, ja. Kannst du mir die einmal sagen? Sie müssen sich ja legitimieren vorher. Da kann ja jeder anrufen. Ja, aber Herr Doppelotter, so kommen wir ja gar nicht weiter. Ja, das ist richtig. Ja, ich weiß, Herr Doppelotter. Aber Sie haben ja gesagt, dass Sie eine staatliche Lizenz haben. Die muss ich ja vorher einsehen. Die muss ich überprüft werden. Die Unterlagen kommen ja in einer Woche. Da steht alles für Sie drin. Aber da gehört die I-Bahn auch mit dazu. Die brauche ich einmal. So kann ich die Unterlagen nicht rausschicken. In einer Woche ist das Kind ja aber schon in Blunden gefallen. Man muss das ja vorher wissen. Da sind ja, wir sind ja nicht alles hier Verbrecher. Das haben Sie jetzt gesagt. Aber immerhin haben Sie mich angelogen. Wo habe ich Sie denn angelogen? Ja, gleich am Anfang. Da haben Sie gesagt, ich hätte bei einer telefonischen Umfrage teilgenommen. Das ist ja gelogen gewesen. Ja, haben Sie ja. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht getan. Wo soll das denn gewesen sein? Am, eigentlich weiß ich nicht. Am Telefon wurden Sie angerufen und da waren zwei, drei Fragen. Eben nicht. Ich bin ja bei der Dialyse gewesen. Mit dem Dialysegerät kann man nicht telefonieren. Ja. Sie müssen doch wissen, wo Sie die Daten herbekommen. Als staatliches Unternehmen. Ja. Nicht, dass die aus dem Schwarzdatenhandel in Internet kommen. Ja. Ja, dann. Sie haben sich ja die Telefonnummer aufgeschrieben. Dann rufen Sie da einfach einmal an. Ja, und können Sie mir dann, sagen wir mal, diese Lizenz, können Sie mir die nicht schicken? Einmal per E-Mail. Das ist alles, was Sie wissen möchten. Ja, das ist dann, sage ich mal, meine E-Postadresse ist traumpanda49.gmail.com. Da können Sie mir das einmal rausschicken. Dann ist das ja alles kein Problem im Prinzip. Ja, ist okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, also bitte nicht andere Leute auch noch anlügen, ja? Ja, schön. Die glauben das vielleicht. Es ist nicht sehr freundlich. Nee, nochmal. Ich habe Sie noch, ich habe Sie nicht angelungen, aber ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Restwoche. Tschüss. Ja, schungeln Sie sich mal eine anständige Arbeit. Das hat sie aufgelegt. Von wegen staatliches Unternehmen. Meine Güte.